Mama! Mama! Oh, da bist du! Ist das ihrs? Ich habe ein Rezept dafür. Ist deine Mutter immer noch nicht da? Sie nimmt von ihrer Medizin. Dadurch produziert der Körper neues gesundes Blut. Aber in Amerika gibt es einen Arzt, der kann sie wieder gesund machen. Was ist los? Meine Damen und Herren, wir haben Kontrollen. Es ist alles gut. Wir wollen unsere Operation ohne die Hitsch. Wenn nicht... Use Ihre Imagination. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Was ist das? Was ist das? Hast du blut getrunken? Es ist der einzige Weg, sie zu stoppen. Oder werden sie alle in Bord. Wir schaffen das nicht. Betonning. Sie wollen von der Sonne entfernen. Lass uns ein bisschen. Das ist das in der Erde. Du kannst es nicht mehr.